Guten Morgen zusammen, heute möchte ich mal über was sprechen, was die meisten von euch vielleicht schon gehört haben und zwar den Cooper Color Code, da geht es um Aufmerksamkeit und wir haben ja gelernt, im Selbstschutz oder der Selbstverteidigung ist Aufmerksamkeit das A und O, weil das zu 90% verhindert, dass wir überhaupt erst in bescheuerte Situationen kommen. Also, der Cooper Color Code, der ist von Jeff Cooper entwickelt worden, Jeff war Oberst bei den Marines, soweit ich das weiß und auch Schießausbilder, ganz bekannter. Sein Color Code umfasst, glaube ich, original vier Farben und ist nachher auf fünf erweitert worden, da weiß ich jetzt aber nicht, ob er das selber gemacht hat oder ob das einfach jemand anders gemacht hat. Die vier oder fünf, ich mag fünf Farben, die fünf Farben fangen mit Weiß an. Code Weiß ist eigentlich so der Zustand, wenn du ins Handy guckst. Du bist auf irgendwas fokussiert und das irgendwas ist nicht deine Umwelt. Kommt also heutzutage ganz, ganz häufig vor. Die ganzen Zombies, die so durch die Gegend laufen und aufpassen müssen, dass sie, also sie passen nicht auf, auf die Straße laufen, gegen Laternenpfähle laufen, irgendwo anders dagegen laufen. Ja, ist mir auch schon passiert. Also, ich nehme mich da nicht aus, war halt scheiße. Ja, so. Also, also, wann sollte man Weiß als Grundeinstellung haben? Weiß kannst du haben, wenn du zu Hause auf dem Sofa liegst. Ist auch ganz gut, man muss ja auch ab und zu mal wirklich das Gehirn ausschalten. Ja, aber das sollte man eben wirklich nur in der Umgebung machen, wo man weiß, ja, ich weiß, zu Hause kann auch was passieren, ja, wo man sich relativ sicher ist, dass alles safe ist, ja, oder, dass andere Leute auch noch da sind, die aufpassen. Oder du hast zum Beispiel einen Hund zu Hause, ja, Hund gilt auch als andere Leute, die aufpassen. Also, weiß ist für den normalen Verkehr, das normale Leben außerhalb deiner eigenen vier Wände nicht geeignet. Kommen wir zu gelb. Gelb ist eine entspannte Grundaufmerksamkeit, ja. Das bedeutet, im Personenschutz oder auch im echten Leben solltest du immer auf Stufe gelb sein. Also immer, na, in Anführungszeichen, weil wir haben ja gesagt, weiß musst du auch manchmal sein, aber halt weiß musst du dir wirklich gut überlegen, wann du das sozusagen riskieren kannst. Also gelb, so eine gesunde Grundaufmerksamkeit, das heißt, du läufst durch die Gegend und du beobachtest deine Umgebung. Mit beobachten ist jetzt aber nicht gemeint, du starrst hier jeden an, ja, der an dir vorbeiläuft und hast die ganze Zeit hier den schönen Spruch hier, the head on a swivel, ja, dein Kopf kreiselt, weil du ja 360 Grad um dich rum die ganze Zeit wie ein guter Bodyguard alles im Blick haben musst oder dein Operator, ja. Ist ja Schwachsinn, ja, so kann ja kein Mensch durch die Gegend laufen. Also nur im Film. Gelb bedeutet, dass du praktisch einen entspannten Art diffusen Weitwinkelblick hast und Dinge wahrnimmst, die außerhalb der Norm sind. Ja, du nimmst also Sachen wahr, die auffällig sind. Du nimmst trotzdem nicht alles bewusst wahr. Aber du läufst durch die Gegend und du schaust. Du schaust nach nichts Spezifischem, sondern du guckst halt, was ist denn da so, wer läuft denn da so, ja, aber es ist eine ganz entspannte Sache. Dann, das muss auch ganz entspannt sein, weil du das ja eigentlich als Grundeinstellung haben solltest. Niemand schafft Orange als Grundeinstellung zu haben langfristig, ja, das geht einfach nicht. Kommen wir zu Orange. Auf Orange gehst du im Prinzip, wenn du bei Gelb irgendwas entdeckt hast, was auffällig ist, ja, das heißt irgendwas Ungewöhnliches zieht deine Aufmerksamkeit auf sich. Du fokussierst dich also kurzfristig, ja, wie kurz komme ich gleich drauf, auf diese Sache. Zum Beispiel, so ein klassisches Beispiel, du bist irgendwo im Sommer, alle haben kurze Hosen und kurzärmeliges Hemd an und dann kommt so ein Typ mit einem langen schwarzen Trenchcoat angelaufen. Okay, vielleicht ist ihm kalt, vielleicht ist es ein Erbstück von seinem Opa, der gerade gestorben ist oder was weiß ich, ja. Gibt ja immer vernünftige Erklärungen dafür, vielleicht, ja. Oder er versteckt halt seine Schrotflinte drunter, weil er jetzt gleich anfängt, irgendwelche Leute abzuknallen oder die Bank überfallen will oder was auch immer, ja. Seine Ex-Freundin besucht, um mal mit ihr zu reden. Also, sowas sollte dann, wenn du auf Gelb bist, dich auf Orange schalten und deine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wenn du in Weiß bist, kriegst du das gar nicht mit, weil da guckst du gerade in deinem Handy, ja, wer auf Instagram wieder deinen Scheiß geliked hat. Und dann läuft der Typ halt an dir vorbei und wenn dich nachher einer fragt, ja, hast du den Typ in dem Trenchcoat nicht gesehen, der ist direkt an dir vorbeigelaufen, dann sagst du nur, was für ein Typ mit dem Trenchcoat, wovon redest du, ja. Also, Gelb erkennt Ungewöhnliches und schaltet dann auf Orange, um deine Aufmerksamkeit auf diese potenzielle Bedrohung zu richten, ja. Und das ist jetzt halt hier Personenschutz-Speak, ja. Normalerweise stellt sich raus, es ist keine Bedrohung, ja. Ansonsten wäre ja die ganze Zeit irgendwo Messerstechereien und Schießereien, wenn wir durch die Stadt laufen würden, ja. So, und die meiste Zeit, du guckst auf irgendwas, kann auch sein, fährt ein Motorrad vorbei, hat eine Fehlzündung, ja, tut es einen Schlag, boom. Dann musst du erst, dann guckst du erst mal kurz. Was ist das? Ist da was explodiert? Hat da jemand geschossen? War es eine Fehlzündung? Dann siehst du, am Motorrad eiert vorbei, ja. Alles klar, okay, wupp. Schaltest du wieder runter auf Gelb. Ja, weil du brauchst das Motorrad ja jetzt nicht im Orange-Modus zu beobachten. Es war eine Fehlzündung oder irgendein alter Oldtimer oder was. Und dann kannst du wieder dein Umfeld praktisch entspannt beobachten, ja. Wie gesagt, wieder, wenn du ins Handy geguckt hättest, eine Fehlzündung hättest du vielleicht nicht mal gehört, ja. Weil dein Ohr registriert schon, aber dein Geist nicht. Das heißt, das Signal, das von deinem Ohr aufgenommen wird und an dein Gehirn gesendet wird, geht da irgendwo unter in diesem ganzen, weil halt keine Aufmerksamkeit dafür da ist, um das zu registrieren bewusst. Okay, also Orange, zielgerichtete Aufmerksamkeit auf eine potenzielle Gefahr. Und du bleibst so lange im Prinzip auf Orange, bis du entweder wieder auf Gelb schaltest, weil du sagst, okay, Situation erkannt, wird nicht als Gefahr bewertet, ja. Und damit kannst du wieder zurück auf Gelb schalten. Oder du schaltest hoch auf Rot. Und Rot ist, wenn die potenzielle Gefahr eine reale Gefahr wird. Ja, also es stellt sich raus, dass der Typ unter seiner Jacke, ja, weil er halt irgendwie sich blöd bewegt und du siehst halt das Gewehr unten drunter und hier vielleicht hier, so wie in Heat, ja, die Magazine hier unten irgendwie noch, Ersatzmagazine rangeklebt, schusssichere Weste an, irgendwas. Und er sieht nicht aus wie ein Polizist. Dann wird es Zeit, was zu tun, ja, und zwar schnell. Ja, und dann bist du praktisch auf Rot. Das heißt, du tust etwas, um dieser Gefahr zu begegnen oder auszuweichen, ja. Jedenfalls reagierst du dann zügig, ja, also mit Vollgas auf diese Gefahr. Das kann jetzt alles Mögliche heißen, ja. Also, ich mache euch mal ein Beispiel. Genau jetzt, nehmen wir mal an, es ist, nehmen wir keinen Typ mit dem Trenchcoat, nehmen wir halt, da kommen drei, vier Jugendliche an. Es ist schon abends, ja, es ist schon dunkler. Die laufen auf deiner Straßenseite, sehen alkoholisiert aus, sehen auch aus, als ob sie aus einem bestimmten Kulturkreis kommen, mit dem man gerne mal Probleme hat, ja. Ja, was auch immer das dann für ein Land oder für ein Kulturkreis sein mag, überlasse ich euch, ja. Da muss ich spätestens auf Orange schalten, ja. Das ist eine potenzielle Bedrohung, weil wir auf der gleichen Straßenseite laufen und ich praktisch nahe an den oder sie nahe an mir vorbeilaufen würde. So, jetzt kann ich ja die Straßenseite wechseln. Ist Straßenseite wechseln jetzt schon rot? Weil ich reagiere ja auf eine potenzielle Gefahr. Und zwar zügig. Ja, ich kann ja nicht ewig rumeiern, weil sonst bin ich zu nah an denen dran. Ist das jetzt schon rot oder ist das noch orange? So, da würde ich sagen, das ist noch orange, auch wenn es vielleicht dunkleres Orange ist, ja. Aber der Punkt ist, es ist scheißegal, ja. Der Cooper Color Code, da geht es um Prinzipien und nicht darum, dass das Ding jetzt, wenn es nicht auf jede Situation eine hundertprozentig passende Antwort hat, halt scheiß ist, ja. Sondern es ist hilfreich, um sich zu verdeutlichen, dass es gewisse Eskalationsstufen in der Aufmerksamkeit gibt. Und ob du das jetzt als dunkel orange oder als hell rot bezeichnest oder als rein orange oder als voll rot, ja, ist mir im Prinzip egal. Und dir sollte es das auch egal sein. Hauptsache, du kannst damit arbeiten, ja. Und es bringt dich weiter. Im Prinzip, orange ist zielgerichtete Aufmerksamkeit auf eine potenzielle Gefahrensituation oder potenzielle Bedrohung. Da machst du natürlich auch schon was, wenn du kannst, ja. Das ist, wie wenn du im Auto fährst und du hast Vorfahrt, du bist auf der Vorfahrtstraße und von rechts, du guckst aus dem Augenwinkel und von rechts kommt einer angefahren. Dann ist das orange, weil es eine potenzielle Bedrohungssituation. Ja, der sollte eigentlich bremsen und anhalten, weil du Vorfahrt hast, aber vielleicht ist der auf weiß, ja, und rafft es gerade nicht und fährt halt voll in die Kreuzung rein. Und wenn du nichts machst, ja, bei orange, dann wird der rot. Rot ist er dann aber eigentlich erst, wenn er schon fast in dir drin ist. Und dann ist es ja zu spät, was zu machen, ja. Also du musst halt dann vielleicht langsamer werden, dass du mehr Zeit zum Reagieren hast. Und damit reagierst du ja in orange schon, weil wenn er jetzt anhalten würde, wäre es ja überhaupt nicht rot geworden. Ja, also, da kann man jetzt an Beispielen sich unendlich viel Sachen ausdenken, um dann zu überlegen, wann wird es denn orange und wann wird es rot und es ist völlig scheißegal, ja. Was du verstehen sollst, ist einfach nur, weiß ist scheiße, ja. Außer in bestimmten Situationen, weil du keine Aufmerksamkeit hast. Gelb ist das, was ihr haben solltet, entspannte Aufmerksamkeit auf eure komplette Umgebung, ja. Aber nicht so in dem Sinn von, ich muss die ganze Zeit mein Check Your Six und so ein Zeug machen, ja. Warum auch? Und orange ist, wenn ihr bei gelb irgendwas Auffälliges entdeckt, dann wird halt mal kurz hingeguckt, ja. Zum Beispiel auch, es kommt ein Typ, Alter, bla, Lederjacke, was weiß ich so, das siehst du aus dem Augenwinkel, der kommt auf eurer Straßenseite auf euch zu. Dann guckst du halt mal kurz ins Gesicht, ja. Wenn du dann siehst, oh, der guckt in sein Handy und läuft, der hat dich gar nicht wahrgenommen, ja, dann brauche ich die Straßenseite nicht wechseln. Ist ja klar, weil dann sehe ich, okay, der ist harmlos. Oder zumindest für mich momentan keine Bedrohung, keine Potenzielle, ja. Höchstens, ich laufe auch auf weiß und renne ihn rein, weil wir uns beide nicht sehen. So. Wenn ich aber sehe, dass er mit einem aggressiven Gesichtsausdruck mich anstarrt, ja, buh, andere Situation, ja. Aber den Unterschied kann ich ja nur machen, wenn ich erstmal die Aufmerksamkeit auf ihn richte, weil ich vorher erkannt habe, dass das eine potenzielle Bedrohung sein könnte. Einfach durch die Tatsache, dass jemand auf meiner Straßenseite auf mich zuläuft, der vielleicht vom Körperbau, Alter und so weiter ein potenzieller Potentat sein könnte, ja. So. Jetzt gibt es außer Rot aber noch eine. Also, ich glaube, Jeff hat damals mit Rot aufgehört, aber dann hat man noch Schwarz dazu gemacht. Schwarz ist, wenn du Gelb und Orange verpennt hast und von Weiß direkt in Rot gehst. Das heißt im Prinzip, du läufst mit deinem Handy durch die Gegend, ja, und auf einmal kriegst du eine geschossen und du weißt gar nicht, wo es herkommt, ja. Oder du bist auf die Straße gelaufen und auf einmal hörst du Bremsen quietschen und der Hupe direkt neben dir und siehst so einen Lastwagen, der gerade noch bremsen kann oder auch nicht und bist mal direkt in Schwarz, ja. Und Schwarz heißt einfach, wenn du deinen Adrenalindamp kriegst, also aufgrund eines praktisch Schreck- oder Schockerlebnisses und du hast praktisch eine massive Adrenalinausschüttung und das macht natürlich in deinem Körper alles Mögliche, ja. Gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Aber dann kannst du eben sofort in deinen Fight or Flight, ja, Reflex gehen und das kann eben so weit gehen, dass du hier Embryonalstellung und am Boden liegst, ja. Das heißt, wenn deine Hormone dich überraschen, vielleicht, ja, dich überwältigen, ja, dann bist du nicht mehr in der Lage, zielgerichtet zu handeln. Das kommt so ein bisschen aus einem Buch von, oder da habe ich es zuerst gelesen, von Bruce Siddell heißt der, glaube ich, Sharpening the Warrior's Edge oder sowas. Ich suche es mal raus und hau mal den Link unten rein. Da geht es um wissenschaftlich fundiert ganz viele Sachen, die mit Herzschlag, also Herzschlaghöhe zu tun haben und wie du, wie sich deine Leistung verändert, ne. Also es gibt einen Bereich, so, ich glaube, zwischen 115 und 145, wo deine Leistung optimiert ist, ja, und wo du auch noch zu feinmotorischen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, du bist noch zu feinmotorischen Handlungen fähig, aber deine ganze Aufmerksamkeit, alles ist erhöht. Also das ist im Prinzip der, wenn du für körperliche Leistungsfähigkeiten eine ideale Aktivierung haben willst, befindest du dich in diesem Herzfrequenzbereich, ich glaube 115 bis 145. Und drüber gehen deine ganzen Fähigkeiten wieder den Bach runter, und zwar rapide. Ja, das heißt, wenn du halt mit 180 Puls irgendwo bist, beim Schießen oder bei sonst irgendwas, dann wird es halt nicht so gut, ja, wie bei 120 Puls, ne. Deswegen beruhigen sich Schützen ja unter anderem auch durch Atmung und so weiter, gerade beim Biathlon, ja, bevor sie schießen. Das ist ja auch mit das Spannende beim Biathlon, ja, wie schnell kann jemand runterfahren, nachdem er gerade Vollgas gesprintet ist, ne, und trifft dann dann auch seine Mumpeln ins Ziel. Macht man ja nicht ohne Grund so als Sport. Gut, also Schwarz, wie gesagt, sag ich mal katastrophale Reaktion auf eine bedrohliche Situation, weil die bedrohliche Situation überraschend kommt und du die mental nicht so schnell verarbeiten kannst und deswegen dein Adrenalinausstoß dich praktisch aus der Situation rausschießt, ja. So, das jetzt mal zu den vier bis fünf Farben des Cooper Color Codes. Wie gesagt, die Definitionen, wann das eine anfängt, das andere aufhört, im Detail jetzt gerade zwischen Orange und Rot, sind verschwommen, ja. Also, legt euch da nicht fest und sagt, das ist die und die Farbe, es kann ja auch vielleicht eine andere sein. Aber wichtig ist nur, ihr versteht dieses Grundkonzept, ihr versteht, dass es verschiedene Stufen gibt und ihr versteht, wie man diese verschiedenen Aufmerksamkeitsintensitäten am besten einsetzen kann. Okay, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute und passt auf euch auf. Jetzt wisst ihr ja, wie's geht. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank.